Hallo Freunde und willkommen zurück. Wir machen jetzt mal eine schnelle Reise ins Grenzland, denn Hinkebeinsschatz ist irgendwie komisch. Da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer einfuchsen, um den zu heben. Aber es war ja schon fast klar, dass da irgendwie ein Trick ist, sonst wäre es ja zu einfach. So, jetzt sind wir hier mal ins Grenzland und wir folgen jetzt mal dem Ausrufezeichen. Da wollen wir hin. Wollen wir mal schauen, was im Grenzland für eine Mission für uns bereitsteht. So, da sind wir. Oh, ein Pferd. Guck mal her. Wo müssen wir hin? Oh, hier gibt es ja einiges. Karte. Abenteuer. Aussichtspunkt. Noch ein Aussichtspunkt. Lieferauftrag. Was geht da? Abenteuer. Feder, Feder. Ach, interaktives Gespräch. Ja, kennen wir ja schon. Äh, da müssen wir jagen. Ja, komm, dann machen wir einfach mal ein Abenteuer, ne? Auf geht's zum Abenteuer. 500 Meter. Der eingesoffene Gaul, der läuft ja unglaublich. 300 Meter noch. Bis zum Abenteuer. Wo wird denn hier die Brücke gebaut? Oh, was sind da denn für Kumpels? Das hier so gesund ist, können wir hier runter her. Okay, da scheint das Abenteuer zu sein, ja? Und hier ist ein Händler. Ja. Eigentlich will ich ja nichts. Ich will jetzt mal Abenteuer. Leute, wo ist denn das Abenteuer jetzt? Nach vorne. Ich sehe schon das Feuer. Oh. Ich will jetzt stehen. Ich schieße dir gleich mal einen Kopf. Ähm. Ähm. Absetzen. Hast du Geschenke dabei? 10 Pfund. Ist ja lächerlich. Ähm. Das ist das Abenteuer? Glaube ich nicht. Was ist denn hier? Oh. Klunker. Da vorne ist noch einer. Oh. Einige. Wartet mal kurz. Ich muss nachladen. So. Tschüss. Ich kriege ihn von dir ab. Oh. Der hat mir voll die Kopfnuss gegeben, ey. Zack. Der kriegt auch nochmal eine ab. Das sind aber ganz schön viele Kollegen. Das sind die, die ich im Wald gesehen habe, bestimmt. Eigentlich müsste ich mal die Waffe wechseln. Ich gehe erstmal weg hier. Das ist mir zu kriminell. So. Könnte ich mal die Waffen wechseln? Ach nee. Das ging ja anders. Ähm. So. Wurffeil. Genau. Der war der Hammer. Aber ich muss trotzdem erstmal weg. Sonst bin ich bald eliminiert. Kommen die hinterher? Das ist aber. Dieser Wurfverlust ist echt göttlich. Oh. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, nee, ne? Da ist noch einer. Scheiße. Schnell weg. Ja. Da guckst du. Jetzt habe ich sie alle, wa? Ja, Säcke. Was hast du denn dabei? Hier liegt auch noch einer rum. Was haben wir hier noch erlegt? Hinweis. Ein Hase. Super. Der Hase hat ein paar Blumen gefressen. Hat der jetzt die Hasenkack auseinander gepugelt, oder was? So. Hier ist noch einer. Da bewegt sich noch einer scheinbar. Ja, aber. 70 Meter. Ist ja nicht weit. Gehe ich mal zu Fuß, ja, ne? Ja. Das ist ja ein Hase. Was liegt denn hier? Okay, dann sollten wir uns vielleicht auf Pfeil und Bohr einigen. Hase, bleib mal stehen, ey. Rappazap erwischt. Ja, Mann. Aber da muss noch was anderes sein. Ja, Mann. 200 Meter. Oh, ne, ne? Mann, Mann. Ich hasse Wölfe. Und auch noch so viele. Ja. Verdammte Axt, ey. Ja, Freunde. Da haben mich die Wölfe wieder eliminiert. Habe ich das Abenteuer jetzt eigentlich geschafft, oder nicht? Ich habe das Abenteuer nicht geschafft. Schade. Ich gehe zu Fuß einfach jetzt hin. Oh, drei Wölfe gleich auf einmal. Oh, ne, ne? Ja, Freunde. Das war's von mir und den Wölfen. Ich sage erst Tschüss und bis bald. Tauss desap 주는 heraus. Ja, man. TMben. Mein Name. 替υ